Herzlich willkommen zur Sounddesign-Rubrik der Sound & Recording und dieses Mal schauen wir uns an, wie wir Synthese mit Sampling-Techniken kombinieren können. Einige moderne Klangerzeuger, die haben ja sowohl eine Synthese-Sektion als auch Sample-Playback eingebaut, beispielsweise der Arturia Pigments, aber um solche Möglichkeiten zu nutzen, muss man gar nicht unbedingt einen dieser Klangerzeuger besitzen. Es reicht auch natürlich, wenn man einfach einen Synthesizer und einen Sampler gleichzeitig antriggert. Und heutzutage, da haben ja viele DAWs auch von sich aus schon einen einfachen Sampler mit integriert, sind sowieso eigentlich in der Regel im Lieferumfang enthalten. Und deshalb kann da eigentlich jeder direkt loslegen und diese Techniken nutzen. Das Ganze schauen wir uns jetzt hier anhand eines einfachen Flöten-Sounds mal an. Und den tonalen Anteil, den erzeugen wir mit dem Cubase-internen Retro-Log. Und für den Rauschanteil bzw. das Anblasgeräusch, da nehmen wir Sampling, also wir nehmen etwas auf und fügen das dann dem tonalen Anzahl hinzu. Ich habe mir ein Plastikröhrchen genommen, habe da drüber gepustet und das Ganze mal aufgenommen. Und ich habe mich dann am Ende hier für diese Aufnahme hier entschieden. So, man hört, das klingt relativ zichlich und vor allen Dingen wummert das auch sehr ordentlich im Bassbereich. Das heißt, das muss mal dringend aufgeräumt werden. Diesen Part hier, den habe ich jetzt in den Cubase-internen Sampler-Track geladen. Das ist hier diese Rauschenspur, wie ich sie genannt habe. Und man sieht auch hier, dieser Part hier, das entspricht diesem hier. Und wer sich jetzt wundert, dass das hier alles so gleichförmig weiterläuft, das liegt daran, weil ich das Ganze hier schon geloopt habe. Das heißt also, wenn ich jetzt hier eine Taste gedrückt halte, schauen wir mal oben hier auf die Spur, dann hören wir die auch, dann läuft die einfach die ganze Zeit im Loop weiter. So wichtigstes klanggestalterische Element ist hier wahrscheinlich der Pro-Q3-EQ, den ich dahinter geschaltet habe. Der räumt nämlich hier unseren Bassbereich ordentlich auf. Wie man sieht hier, da wurde eine ganze Menge weggefiltert. Hier oben noch eine Resonanz rausgezogen und die Höhen allgemein ein bisschen abgesenkt. Zusätzlich habe ich hier auch die Filtersektion des Sampler-Tracks genutzt. Das Ganze nochmal ein bisschen weggefiltert. Und der Filter-Cut-Off wird auch noch zusätzlich durch die Velocity moduliert. Das kann man hier sehen. Velocity steht hier auf 100%. Das heißt, je stärker ich anschlage, umso mehr öffnet sich das Filter. Das heißt also, wenn ich jetzt leise spiele hier, ist der Sound dumpfer. Und wenn ich stark anschlage, dann ist er zicheliger. Die Velocity spielt auch hier in der Amp-Sektion eine Rolle. Ist nicht ganz so stark eingestellt, aber das heißt also, die Anschlagstärke wirkt auch auf das Volume. Hier habe ich auch die Attack-Zeit der Amp-Kurve noch ein bisschen hochgedreht, dass der Sound ein bisschen sanft einschwingt. So, das ist das Grundrauschen. Ich habe eine zweite Sampling-Session gemacht mit P- und T-Lauten. Und das ist hier diese Spur-Anblasgeräusch. Die können wir uns auch mal angucken. Hier sieht man halt alle diese kurzen Aufnahmen. Ich habe mich dann dafür eine spezielle entschieden. Und das dient einfach nur dazu, um halt noch so ein zusätzliches, kleines, betonendes Rauschen am Anfang zu erzeugen. Und eigentlich ist hier dasselbe Prinzip, auch wieder leicht gefiltert. Die Velocity wirkt auch hier ebenfalls wieder auf das Filter. Und in der Amp-Sektion ebenfalls Velocity auf Amp, damit wir das Ganze dynamisch spielen können. Und das Gleiche hier auch mit der Amp-Kurve. Das Ganze wird ein bisschen sanft eingefadet, damit es eben nicht zu perkursiv ist. So, das ist also unser tonaler Anteil. Unser neues Anteil, der tonale Anteil. Der kommt natürlich jetzt hier im Retrolog. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Grundform hier ist eine Dreieckswellenform. Wird in einem einzigen Oszillator erzeugt. Den Oszillator habe ich um eine Oktave direkt nach oben gepitcht. Und spielen wir das Ganze doch direkt mal an. Dann hören wir es nämlich besser. So klingt das Ganze. Dieser eine Oszillator geht dann hier in die Filter-Sektion. Ist schon relativ kräftig gefiltert. Zusätzlich habe ich hier auch die Distortion-Sektion genutzt. Das heißt also, nehmen wir das mal raus. Dann merkt man, hier hört man diesen reinen Dreiecks-Sound. Und so wird es auf einmal flötenartiger durch diese Verzerrung. Zusätzlich hier haben wir einen Vibrator angelegt. Ist allerdings hier modulationsmäßig nur ganz sanft am Start. Also hier wirklich eine minimale Intensität der LFO-1 moduliert hier den Pitch ganz sanft hin und her. Ist auch nicht besonders schnell eingestellt. Und außerdem, wie immer, Velocity und greift hier auf Cut-Off und Level und macht das Ganze dadurch dynamisch spielbar. Schauen wir uns noch kurz die FX-Sektion an. Hier gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sehen. Wir haben hier den Mod-Effekt, was einem Chorus entspricht. Der sorgt hier für Bewegung. Machen wir ihn nochmal aus. Man hört, klingt auf einmal furchtbar langweilig. Und hier kommt auf einmal dann Breite und Bewegung ins Spiel. Der EQ hier unten, der wurde nun nochmal benutzt, um das Ganze so ins richtige Klangbild zu rücken. Hier wurden die Bässe und die Höhen nochmal stark herausgedreht. Einfach um diesen mittigen Sound so witzig zu betonen. Ja, und damit ist das Ganze eigentlich schon fertig. Spielen wir alle drei Spuren mal gemeinsam an. Und hier hört man auf einmal, wie dieser Sound noch an Lebendigkeit gewinnt. Einfach dadurch, dass auf einmal diese Noise-Anteile hier mit vorhanden sind. Wenn wir nämlich jetzt hier den Retro-Log nur alleine spielen, klingt das viel, viel steriler. Aber das Noise, was hier für zusätzlichen Realismus sorgt, das lässt das Ganze lebendig erscheinen. Und so kann man auf einfache Weise Synthese-Klangtechniken mit Sampling kombinieren. Viel Spaß beim Ausprobieren!